Und damit herzlich willkommen zur neuen Abenteuer hier in Railwood und heute haben wir uns mal was größeres ausgesucht und das ist ein bisschen stressig. Wir sind nämlich hier in Birmingham New Street und mit Umgebung immer ein paar festgelegte Fahrstraßen beziehungsweise sich wiederholende und das soll uns die Arbeit erleichtern. Dann haben wir hier ein Depot wo gleich sehr viele Züge rauskommen werden und dann sollen die ganzen Züge hier nur irgendwie pünktlich fahren. Ja klingt nach einer Challenge. Es glaube ich geht über zwei Stunden hier das ganze. Ich werde es nicht fertig spielen. Das dürft ihr machen wenn ihr wollt aber wir werden zumindest mal die erste halbe Stunde so rein und dann steht hier noch Sensors have been set up. Don't repeatedly set up Autosignals. Accept time 602, 603, 65. Disco 5 no trains entering code chat before accepting or trains can't come out slowly. Okay. Gut. Aus dem Depot. Also so ganz blick ich da noch nicht durch mit den Zeiten. Da ist der Autosensor drin. Der macht schon mal die Fahrstraße. Der Kollege kommt dann hier auf Gleis 10 und will dann nach Mavvic Ruffler Street 2. Das ist da oben. Sprich, er wird dann, das ist eh hier eingezeichnet. Das ist hier, oder? Oder? Meine Lister geht nach da oben. Okay. Ja. Passt. Ja. Also von Gleis 10, wo er abfährt, ist um 4 nach. Kann ich dir eigentlich schon mal da die Fahrstraße da reingeben. Und Roll Street. Muss man das jetzt noch mal auf die 2. Und dann haben wir hier Gelton Bridge. Das passt auch. St. Will and Dudley. Die Scheiße. Das letzte. Das Tripton. Tripton 2. Okay. Um den muss ich mich nicht kümmern. Der nächste. Aus dem Depot. Two from Bartolo, Orton, Warsaw. Das ist da unten. Das ist der Kollege muss wenden. Und noch einer. Wo willst du hin? BNS SG3. Okay. Er meint eventuell da hin. Hier rein. Hier rein, hier rein, hier rein. Und dann einmal so, einmal so. Und dann ab ins Depot. Und die nächsten. Was ist mit dir? 4C1. Sehr viel Geld. Und dann fährt er auch noch tippt. Das heißt, auch noch da rüber. Warte mal. 6.01. Ah ja. Fährt mal raus. Du fährst weg. Um 4 nach. Der fährt zuerst. Okay. Das muss ich leider löschen. Umst du zuerst. Und dann. Moment. Ja. Und dann. Umst du. Alles klar. Der nächste. Wo willst du hin? Gleis 23. 23 ist da. Alles klar. So. Du. Wenden. Du musst. Oh. Runter. Kannst du. Überhaupt. Hier hin. Ja. Wir fahren so. Und dann fahren wir so. Perfekt. Ja. Ja. Kommt es nur aus dem Depot raus. Oh. Der war jetzt irgendwo anders. Der ist da oben. International Gleis 2. Und dann Marston Green 2. Okay. Ach. Marston Green geht es nach Birmingham. New Street. Gleis 9. Das heißt. Der kommt dann da ein. Ach ne. Der kommt von da unten rein. Okay. Da warten wir jetzt noch mit Fahrstraßen. Dattelstern. Was ist denn das? Ach. Das ist da oben. Anhalten und wenden bitte. Dattelstern 1. Einmal hier noch da oben. Okay. Und der nächste Zug ist klar. Der fährt aus. Okay. Ich glaube ich habe es erstmal unter Kontrolle. Oh ne. Da kommt doch was. Birmingham New Street 11. Der fährt jetzt hier so runter. Gleis 11. Das ist hier oben. Oh. Da muss ich. Geht das? Das geht. 1600. Einmal. Ich kriege den da nicht rauf. Ähm. Mal ganz kurz Pause. Wie kriege ich denn den da rauf? Also das ist glaube ich falsch. Das sind wir zurück. Wir müssen. Danach da oben. Für Gleis 11. Einmal so. Und dann hier Gleis 11. Ja. Depot. Kommt halt noch einer. Passt. Du willst nach Five Ways 2. Das ist hier da unten. Kriegst du auch. Kommt dann weg mit dir. Okay. Wir haben alle vorne. Also hier glaube ich. Werde ich nicht so viel vorspulen. Wenn hier so viel los ist. Was ist eigentlich das für eine Übung hier? Ach. Sind das vielleicht so. Stilgelegte Gleise. Äh ja. Da oben der nächste. Nächste aus dem Depot. So. Dein endgültiges Ziel wird sein. Birmingham International 1. Okay. Warte mal. Du fährst. Dann fährst du über. Schellweg. Birmingham New Street. Elbark. Schellfield. Strachford. Du fährst ja hier die ganze Zeit durch. Birmingham New Street. Okay. Der fährt dann da durch. Und geht dann da weiter. Ja. Okay. I see. Gut. Sekunde. Einmal Pause. Du musst nach Adley Park. Das ist da. Sprich bitte einmal wenden. Adley Park Gleis 1. Hier rauf. Hier rauf. Und dann so. Macht das Sinn? Ja. Wobei. Fährst. Wohin fährst du? Nach Adley Park. Da geht es dann nach Emton in Arden. Nach da oben hin. Okay. Okay. Zeit wieder weiter. Ich muss mal ganz kurz passieren. Ich bin gleich wieder bei euch. So. Da bin ich auch schon wieder. Sorry für den kleinen Unterbruch. Noch ein Zug. Ja. Immer noch mehr damit. Ah. Da oben. Okay. D&F 2. D&F 2. Bekommst du von mir. Und dann musst du nach Birmingham E-Street 15. Sprich du fährst dann hier weiter. Ne. Moment mal. Du musst. Du hast auch runterfahren. Du musst dann einmal wenden. So wie ich die sehe. Wie ist die jetzt? 16. Das ist hier unten. Gut. Wenden aktivieren. Naja. Woher mit den Zügen. Ist der eine jetzt da ins Depot rein? Was ist jetzt du für einer? Aston 1 musst du dann. Okay. Schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Oh. Wo bist du hin? Aston 1. Und dann 2 from Graveful Hill 1. Kriegst du. Ist da noch einer für rot? Nee. Wacht besser als gedacht. Ähm. Müsst du das mal kurz. Ändern hier. Okay. Kann man das auf unlimitiert irgendwie setzen? Okay. Keine Ahnung wie das geht. Aber. Ist mal wieder so eingestellt. Wie vorher. Ich nehme mir hin New Street. Geht auf das obere. Du musst nach Aston 1. Das heißt auch du einmal wenden. Fährst dann. Nach. Hier oben. Nach da. Du Kollege fährst dann. Hier da so. Und da machen wir das gleiche nochmal. Für das erste. Alles klar. Wir haben New Street 23. Und. Dann ins Depot, oder? Hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, ja. Immer noch rein mit den Zügen. Hast ja. Wo fährst du hin? Dedgefords. Wie ist das? Ist es da oben? Ähm. Wir müssen irgendwie da hinfahren. Wie kommen die da hin? Okay. Kümmern wir dich gleich um dich. So. Suffice. Rufel Street. So. Bitteschön. Du hast auch rot. Du musst auf Gleis 17. Wie kommst du? Gleis 17 ist da. Alternative. Ja, wir fahren unten rum. Kann ich? Ja, kann ich. Sehr gut. International 2. Okay. Die habe ich vergessen. Nach International 2. Auf Lee Hall. Wo ist das? Ach, das ist da. Okay. Einmal so. Der fährt jetzt durch nach Birmingham New Street. So, Kollege. Stretch forward. Eins. Stretch forward. Stretch forward. Das war hier. Two from Adley Park. Ich habe so überhaupt. Ach da. Adley Park. Ne, der fährt dann in die Richtung. Ähm. Adley Park eins. Das da. Connected noch. Ja, okay. Du fährst so. Du fährst so. Ja, komm. Mach nur. Und du schickst den bitte dann da weiter. Damit das passt. Wie kann man das bitte auf Unlimitierte einstellen? So, Kollege. Cochi Art. Ah, Cochi Art. Kannst du dich da irgendwie selbst hinschicken? Ja, macht er. Ja, ja, immer noch rein mit den Zügen. Alter, was für ein Chaos hier. Der nächste. Wir schauen uns auf Gleis 19. Gleis 19 ist... Wo ist Gleis 19? Nach da unten. Wie fährst denn du jetzt? Ach so. Ah, über den Tunnel. Das ist gar nicht mal so doof gemacht. Gut. Ist noch irgendeiner von Rot? Ne, sieht nicht aus. Ah, doch. Er hier. Äh, Gleis 16. Und du, Kollege, bist noch... Harry Part 2. Alles klar. Ja, die Bruder muss warten. Da kommt jetzt erstmal ein anderer zu. So, Gleis 9 bei dir. Gleis 9 ist da oben. Okay. Gut. Ist frei. Einmal raus mit dir. Boah, ich bin so dankbar, dass wir hier die Sensoren haben für das Depot. Und dass hier schon die wichtigsten Fahrstraßen wo eingestellt sind. So, der ist da auch unterwegs. Der nächste, der will auf International 3. Uh, du bleibst da 5 Minuten noch stehen. Du fährst um 18 ab. Um 120. Okay, dann kann ich sie ja schon mal einstellen. International 4. Alter, was ist mit euch? Five Ways 2. Sorry. Willst du, Birmingham, New Street, Gleis 15. Sorry. Wo ist das jetzt? Auch wieder da oben. 2, 2. Wir haben New Street, Gleis 4. Ich mach wieder da unten rüber. Ne, Depot ist jetzt nicht. Alle Einfahrt. Perfekt. Zweimal Depot. Und Stretchford. 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 War ja da lang. Du, du tust einmal wenden. Du fährst dann einmal so. So, so. Du einmal da weiterschicken. Alles klar. Fahrstraße ist gemacht. Und Verspätung. So, mein Junge. Einmal wenden. Auflösen. Dankeschön. Und einmal so. Peng, peng. Da machen wir gerade wieder ein Biddeholer da. Wenn sich das hier wieder einstellt. Gut. Ja. Läuft erst mal. Winger, große Fehler passiert noch. Gleis 6. Und dann auf Gleis 5 weiter. Okay. Und der fährt dann weiter nach Adley Park. Okay. Ich muss das aus dem Depot jetzt mal rauslassen. Der Wahlerweise kommt der zweite dann auch gerade noch raus. Was? BNS geht's? Oh. Ah, na. Das passt. Oh. Der endet hier. So, nix raus aus dem Depot. Jetzt wird der gleich für sich für die Führerstraße da melden. Oder? Ach nee, da haben wir ja noch Zeit. Sehr gut. Gut. Äh, du bist nach Eston 2. Kommst du? Nach Eston 2 geht's dann wohin? Dar es ist ein 2. Sprichern wir so weiter. Und von Dar es geht's dann nach New Street 7. Das ist mit dir hinten. Achso, Entschuldigung. Da willst du natürlich rausfahren. New Street. Perfekt. Machen wir das gerade noch ein zweites Mal hier. Und Scravery Hill. Das ist das hier oben. Sprich, der Kollege wird hier wenden. Naja, immer noch rein hier. Set Relent Dudley 2. Der fährt nach da oben. Alles klar. Brachstrasse nach da. Du nach da. Und von da hier. Nach da, oder? Ja, weil er Gravery Hill fahren will. Das heißt, können Sie ihn gerade mal durchgeben. Und dann nach da oben. Und du willst nach Birmingham New Street 4C1. Hä? Was ist das? Also 4C. Ah, und dann Gleis 1. Also hier rauf. Ja, du fährst erstmal. Wo geht denn der Tunnel eigentlich hin? Sie ist gerade irgendwie nicht. Das geht nach Witten. Wo ist Witten? Krypton, Sledgeford. Ähm, nicht doof. Hä? 2 from Witten. Was ist da schräg oben? Ach, das ist da. Naja, fahr mal erstmal so. Bisschen der Umweg von anderen Seiten, aber okay. Äh, International 4. Kann mich raten, du fährst dann... Ja, genau. Welches Depot war das? Alter, so ein Stress hier. Gleis 4. Und dann 3. Boah, Leute. Also, der kann gerade nicht aus dem Depot fahren. Äh, Aston 2. Da ist ein 2. Gut, Aston 2. Und dann schauen wir weiter. Was ist das mit dem Depot bei dir? Äh, 2 from Wouter Osten. Das ist da. Okay, das heißt, du wirst wenden. Und dann fahre ich mit dir so rüber. Perfekt. Also, eigentlich nicht perfekt, aber... Tut schon erstmal. Oh, Einfahrt Birmingham. Der will auf 2 und dann auf die 1. 2, 1. Ah ja, schickt's nur. Depotanfänger, stell jetzt, hat sich das im Depot bereit. Lea Hall, okay, das passt. So, das ist ein 1. Der ist wieder da hinten. Der Kollege wird wenden. Einmal so. Perfekt. So, der Äthelipark 1. Aber erst in 15 Minuten. Okay. Ja, fahrt auch aus und nervt mich nicht. Mein Gott. Und der nächste. Alter, so für die Züge. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Züge auf einer Map drauf. Ah, er ist jetzt unterwegs. Und hier rein. Birmingham New Street 4C1. Muss man eigentlich das mal hier löschen. Der wird hier schön hinterher fahren. Sehst du mal, wie das vorensteht. Ah, scheiße. Du bleibst jetzt da stehen, oder? Ja. Gut. Schauen wir gleich in einem Moment. 5-Ways-2. Perfekt. Der fährt noch da unten. Ah, nein. Habe ich mir das mal eingestellt. Tschieskowski. Du wirst dann da lagen. Okay, auch du wirst wenden. Ach, der ist ja schon beim Abfahren. Äh. Gut. Tipton 2. Tipton 2 war da oben. Shit. Wie kriege ich jetzt dich da? Ach, du fährst dann einfach so. Ähm. Einmal da. Viel Spaß. Beim Fahren. Jungs. So, macht's mal. Dann haben wir jetzt gleich einen Zug, der hier reinfahren will. Hältst du? Nee, du hast durchfahrt. Ja, komm, dann. Weißt du was? Ist das jetzt nicht zu spät? Bleibst du hier stehen? Ähm. Das war 4C, Gleis 1. Er macht's eh automatisch. Und du fährst dann auf Gleis 21. Du fährst auf Gleis 7. Gleis 7 ist oben. Sprich, wir fahren so. Ja, sorry. Wird verspätet. Comingham International Gleis 4. Ja. Ja, das ist dann so weiter. Okay. In 5 Minuten. Monument Lanes Siding 1. Was ist das? Ach, da. Moment. Lanes Siding 1. Ähm. Ähm. Warum willst du da hin? Ähm. Einmal annehmen hier. International Gleis 2. Und dann gerade schon mal die Ausfahrt. Warte mal, das war das. Okay. Was, was. Mit dir fahre ich mal anders. Du fährst mal nach hier oben. Und von da fährst du. Fährst du. So. Und dann hier. Nach da so. Dann tun wir das hier wieder einstellen, dass du hier hinfährst. Und dann fährst du da in das Siding rein, wenn du da unbedingt rein wirst. Das nächste Rot. Komm rein da. Du fährst eins weiter. Du musst nach Ästen 1. Nach Ästen wirst du nach Witten 1. Viel Spaß. Sonst noch jemand, der meine Aufmerksamkeit womit haben braucht. Glaube nicht. Das ist alles Selbstläufer. Depot sollte man vielleicht mal jemanden rauslassen. Du bist nach Smetwick-Geltenbridge. Ach, das ist da oben. Du möchtest komplett rausfahren. So, sorry. Ja, ein, zwei Züge. Ich werde halt ein paar Minuten Verspätung haben. Das ist schon erfordernd hier. Aber cool gelöst, dass da ein großer Bahnhof ist, wo die Züge von dem Depot ein- und ausfahren. Du bist 21, 22. Das ist da unten. 21, 22. Geht dann weiter nach Five Ways. Könnte ich eigentlich auch schon mal einstellen. Er hier 4C1. 4C-Kleus 1. Äh, Lul. Nein. Hätte von der anderen Seite kommen sollen. Ja. Okay. Das ist jetzt. Das ist jetzt ein bisschen. Optimal. Ich glaube, da muss ich jetzt mal ein bisschen cheaten. Ähm. Ja, ja. Warte mal weiter da. Ich glaube, du fährst dann mal nach hier oben. Erst erstmal bis hier hin. Und dann wirst du irgendwie da Glanzmanöver machen. Ja. Kommt du noch raus. University. Ach, jetzt kommt von da unten mal tatsächlich was. Du wirst dann gleich 16 und 15. Also 16 und 15. Du fährst ja einfach nur gerade aus. Du wirst nach Gladisten. Das war da. Okay. Kannst du das Foto schon mal direkt wenden. International 4. So. Geht gerade weiter für dich. Also der Plan mit dem Zug ist, dass ich den glaube ich irgendwie bis da hin fahren lasse. Anhalten, wenden und dann schnell die Weichen umlegen. Irgendwie so. Also du fährst in die Richtung weiter. Ähm. Dann gebe ich dir schon mal. Das ist da. Falschgelegte Weiche. Achso, Entschuldigung. Du bist auf Gleis 11. Holy shit. Gleis. Oh scheiße. Genau da, wo ich den Kandidaten jetzt kurz hinschicke. Ähm. Du Gleis 11 oder auch 12. Du bist auf die 12. Ja, der Kollege muss da schnell weg. So, jetzt kommt der Typ da mit dem Siding. Oh, der bleibt da ewig lang stehen. Und da hat Birmingham New Street. Noch einer aus dem Depot. Ja, mach nur. Birmingham International. Äh. Okay. On the way. War auch der nächste. Ästen. Da ist denn alles klar. Und dann schauen wir weiter. Spezialzug. Bist du da? Perfekt. Du fährst dann mal theoretisch noch da. Aber da werde ich dich noch mal kurz anhalten. Oh. Sorry. 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 Geh mal her damit mit den Zügen. Wo ist jetzt der zweite her? Ach, der von da unten. Auf die 13. Wo ist die 13? Die 13 ist da oben. Okay. Wo ich jetzt nicht weiter die Fahrstraße machen kann. Wegen ihm. Okay. Okay. So. Einmal hier. Einmal die 13. Sehr gut. Ja. Fahr doch nur ruhig ein. Ich muss mich jetzt um den Zug da kümmern. Den ich falsch geschickt habe. Weit. Der ist sogar noch. Ne, der ist verspätet. Du willst nach Birmingham New Street Gleis 9. Also fährst du gerade durch. Und tschüss. So. Anhalten und wenden. Okay. Macht er. Und jetzt sollte er da hinten reinfahren. Der nächste vor. Er steht vor rot. Wirst du hinfahren? Du wirst nach Aston. Eins. Warum? Äh? Wieso bist du hier unten? Wenn du nach Aston 1 wirst. Two from Harry. Okay. Irgendwas habe ich da abgefuckt. Okay. Ähm. Muss ich dich fast im Bauernhof hier wenden lassen. Keine Ahnung. Fasst mal auf Kreis 11 hier ein. Du bist nach Marston Green. Das ist oben. Wenn. Das heißt. Da fährst du dort. Du. Ne. Du müsstest. Mal wenden. Du fährst so rüber. Perfekt. Bei dir Aston 1 bekommst du von mir. Und dann Gravery Mill. Ah Hill. Entschuldigung. Äh. Wo willst du? Hampstead 1. BNSS G1. BNSS G1. BNSS G2. Hä? Das hier. Alles klar. Das heißt. Das sollte man eigentlich auch wieder von oben schicken. Und der nächste für da. Okay. Ähm. Ich sehe schon. Hier ist man gut beschäftigt. Es ist ein. Herausforderndes Layout. Muss ich schon sagen. Und man sollte sich das irgendwie merken. Wo hier was hingeht vom Anschluss. Aber. Mir gefällt es. Ich hoffe. Euch auch. Und wenn ihr es selber spielen wollt. Der Link zum Workshop. Tue ich in die Videobeschreibung rein. Da könnt ihr euch das selber runterladen. Der gleiche Typ hat auch ein paar andere interessante Sachen gemacht. Und er hat noch was Größeres gemacht als wie das. Und ich glaube das werde ich mir auch mal anschauen. Ich werde es für mich noch ein bisschen weiterspielen. Und vermutlich Chaos dabei verursachen. Bis dahin. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Bis bald. Ja liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen. Wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt. Wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte. Kommt auch auf unseren Discord Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.